hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal mein name ist Peter vom kanal blackmax und mich hat eine zuschauerfrage erreicht deswegen dachte ich so ich mache einen kurzen short worum es geht und zwar geht es darum um das fitlock system hier und der zuschauer hat gefragt hier wenn man das hier ab macht das ist jetzt original hier von riese und müller die schrauben habe ich benutzt und er hat das problem dass die fitlock schrauben die original dabei waren zu zu klein sind für das gewinde und die riese und müller die passen bei ihm wohl nicht rein und dann zeige ich euch mal wie ich das gemacht habe so und da siehst du schon die original schrauben passen rein bloß die sind so mehr reingepresst also sie ziehen sich alleine rein du brauchst keine angst zu haben dass du hier etwas kaputt machst einfach mit einem 25er torx die schrauben dran dübeln und das war's ne falls ihr auch so kurze fragen habt die kann ich gerne auch über die shorts beantworten also ansonsten abonniert gerne den kanal und weiter geht's aber auch bei dem